Musik Denk ich an Europa, denke ich an internationale Freundschaften. Denk ich an Europa, denke ich an verschiedene Austauschprogramme, zum Beispiel Erasmus, als wir letztes Jahr in Schweden waren. Denk ich an Europa, denke ich an Reisen ohne Grenzen. Denk ich an Europa, denke ich vor allem an viele Möglichkeiten für mich, aber auch für andere. Denk ich an Europa, dann denke ich an über 70 Jahre Frieden. Musik